Nun, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was das Klo mit unserem Kompost zu tun hat. Nun ja, es ist ein Kompostklo. Nachdem man sein Geschäft verrichtet hat, nimmt man mit einer Schaufel eine Mischung aus Segespähen, Asche und Erde und kippt es darüber. So können sich die Bakterien zersetzen und nach einem Jahr ist der Kompost prima als Erde verwendbar und aus Ostdünger.